Unglück. Was brauchst du denn? Ja, das passt. Passt doch wohl jetzt nicht. So weit lässt sich das Zeichern. So ein krankes Schwein. Also nur viel zu viel Luft. Ja. Cool, gell? Von Akubatik. Jawoll! Juhu! Ja, du, ich dachte, da kommst du zu. Ja, dachte ich auch. Okay. Und das wirken war okay. 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 Okay.